Yo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft mit Achim. Yo, servus. Wir spielen heute, äh, ja genau, Daniel, red weiter, Masterworlders. Ja. Ähm, das erste Mal hier so ne Wand sag ich mal bauen. Warte, nein, da. Bin ich hoch. Kennst du noch den Hafen, wo ich mal auf dem einen Server gebaut hab? So ungefähr. Ähm, ich würd sagen... Ja, warte mal, warte mal. Probier mal kurz was. Perfekt. Jetzt so... You're ambitious. Einfach so vier hoch oder sowas, vielleicht. Drei. Ja. Ah, fuck, ich brauch keinen Baufehler. Cool. Ja, aber das könnte ein Thema werden, da könnten wir gut abschneiden. Hm, war gut. Ich sag, wir könnten. Ich mein, halt... Aber 50 Hoppen eigentlich insgesamt. Wir sind hier oben gerade Fläche. Na, man muss hier... Ähm, warte, was? Wir machen es rum, oder? Ja. Ja, nehmen muss man nicht. Ich brauch erstmal oben sonst eine gerade Fläche. Aber die kannst du sonst auch mit... Anderen Steinen machen. Ne, mach erst hier die Mauer fertig. Ja. Weil nämlich an der Seite ist erstmal scheißegal. Hauptzeit der... Hauptbefehl ist. Ja, ich hab das Klee. Ja, dann helfe dir. Warte, ich brauch schon mal hier vorne. Mann, jetzt haben wir noch Gebote. Und... Was bringt's eigentlich, wenn du frühzeitig fertig bist, kannst du Finish eingeben? Was bringt das dann? Schon gute Frage. Okay, nur 5 Minuten, oder? Oh, das ist scheiße. Was? Ah, für einen Steinen soll ich sonst noch mal? Ne, ich mir nicht egal. Okay. Oh, hier schon wieder nur... Wie, zu lange an dem? Da auch nicht mal 5. Wie, zu lange an dem? Hä? Irgendwie ist Minecraft ein bisschen komisch. Ich hab das Gefühl beim Bauer. Ja, mein Dude ist manchmal ein bisschen komisch. Ja, wir sind morgen ziemlich konzentriert. Ja... Ich suche mir auch grad irgends ein bisschen leid. Ähm... Ha, wahrscheinlich ist das Geld schlecht, wenn du die Fresse haltet. Nur 3,5 Minuten, oder? Ich glaub, das wird echt knapp. Was ist das? Ja... Ich weiß nicht, aber ich hab's mir gedacht... Ich hab's mir gesehen, weil ich sie nicht auf keinen Hoffnung. Ich hab's mirjus in den Bauer. Ich hab's mir gedacht, wir sind noch nicht auf den Grad drauf. Ja, ey. Verstehen sie's dann. Ja, jawohl. Das ist ja eigentlich trotzdem ein Hafer. Was holen wir da noch nach? Ähm, mach mal unten, wo Cobblestone isch. Also im Wasser. Ja. So ein bisschen, ähm, Maussi Cobblestone, oder wie das heißt. Ja, beim... Beim Moastown. Hm? Ja, so wie hier oben halt auch an. Ja. Ja. Und dann kann ich noch bei dem... ...normalen Ziegelstein da... Gibt's hier schon eine Laterne? Fuck! Ja... Ja, auch. Na, schau mal. Ja. Mit Laterne sieht's halt zehnmal geiler aus. Komm, halt jetzt jetzt enter. Hier kommt hier oben noch irgendwas drauf. Ähm, eigentlich glaub nicht. Das war du mal kurz das Klauseln hin. Ähm, ja. Wie was machen wir? Wie was machen wir? So sagst du es. Mhm. Ich will hier noch irgendein kleines Bruder an deuten. Ich will hier noch irgendein kleines Bruder an deuten. Solltest du es auf der anderen Seite gleich machen? Ja, wir bauen mal auf der anderen Seite einfach nach. Ja, ist dann halt okay. Okay, hier ist am Anfang meine Freizeit, wenn ich aufreißen soll. Ja. Mhm. Oh, 30 Sekunden nur. Ja, mach da sonst irgendein Marschknochen hoch oder sowas. Hm. Vielleicht jetzt nur mit Zungen oder... Ja, mach Stufenzahn. Ja, egal. Lässt du weg? Ja, egal. Okay, das ist mal besser wie uns... äh... Besser wie uns das. Das ist mal ein Hafen. Ich weiß nicht, das ist schon ein Hafen. Also, ihr könnt doch mal ein Hafen oder... Ja, weil das jetzt im Boot an Leger steht, keine Ahnung. Was soll das hier sein? Das soll ein Boot sein. Und das ist ja eigentlich schon ein Hafen. Ja... Ja... Das ist ein Teil vom Hafen, seid mal bei uns. Ja, das ist ja auch kein richtiger Hafen. Das ist halt Bauholzbretter. Da hat man halt... So, ich schaute Hafen, wie wir da sonst halt das Boot. Aber das ist gut. Das Schiff halt mal lieber weglassen, das fang mir egal. Ja... Nee... Hm... 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 Klar gibt's schon so Häfer wo direkt was da ne... Schau, wo könnte es so locker sein, oder? Ach, der ist gut. Der ist echt gut. Vor allem mit so nem Krön hier und so. Da muss ich echt sagen... Hm... 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 Häh, ein Bomber, alter... Der auf ein... Schiff losgeht, hä? Häh! 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 Das ist Japan, das auf irgendein Schiff losgeht. Ja. Zweiter. Ja, Zweiter ist okay, würde ich mal sagen. Dann würde ich sagen, das war's mit der Folge. Minecraft Master Plus wins. Wie ich falle heute, ich würde es gerne mit einem Domen noch überzeugen. Für besten Vorschläge, immer wie du gerne in den Kommentaren abonnierst, vergesst, Glocke aktivieren und ciao. Ciao, ciao.